neues wochenende neues glück heute zu gast beim rock arts festival und auch nicht zum ersten mal hier war schon mal einige jahre her aber bestens in erinnerung gehalten und sehr viele metal bands ich glaube so vom feeling her die einzige punk band hier am start ist irgendwie und da wollen wir mal schauen was daraus wird wie bei den einheizen hier aber metal festival erbaut also viel spaß was wirklich wichtig ist was wirklich wichtig ist was wirklich wichtig ist was wirklich wichtig ist merkt man erst wenn man es vermisst was wirklich wichtig ist sieht man viel zu oft erst dann wenn man es vermisst so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017